Herzlich willkommen bei OFA Bamberg. Folgen Sie uns durch unser Firmengelände und erfahren Sie alles über unser Traditionsunternehmen. Gegründet wurde OFA Bamberg 1928 von Otto Frank Hennel. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges siedelte das Unternehmen in das nordbayerische Bamberg um und befindet sich seit den 80er Jahren hier am Laubanger 20, dem Industriegebiet in Bamberg. Wir zeigen Ihnen heute die verschiedenen Stationen in der Herstellung eines Kompressionsstrumpfes bis hin zum Versand. Unser Kundenservice ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. Dabei können Bestellungen per Telefon, Fax, E-Mail sowie über unseren Online-Shop aufgegeben werden. Folgen Sie uns nun in unseren Maschinenpark. Unsere Rundstrickmaschinen greifen aus einem Pool von vorhandenen Aufträgen den jeweils dringendsten Auftrag heraus. Nach dem Stricken werden die Strümpfe auf die Kontrollfretter aufgezogen und insgesamt sowie an Ferse und Spitze auf Fehler kontrolliert. In der Färberei stehen Paddel- und Trommelfärbemaschinen. Beide bewegen die Ware während des Färbens kontinuierlich, damit die Strümpfe durchgefärbt werden. Helle Farben sind nach ca. 90 Minuten, dunkle Farben nach 6 Stunden im Strumpf. Anschließend werden die Strümpfe getrocknet. Weiter geht es in die Konfektion. Hier wird das Haftband angebracht, Strumpfhosen fertiggestellt und Etiketten eingenäht. Dafür ist sehr viel Handarbeit und Liebe zum Detail notwendig. In der Qualitätssicherung werden unsere Strümpfe kontrolliert, Reklamationen bearbeitet und neue Produkte entwickelt. Hier werden außerdem kontinuierlich Stichproben gemacht sowie Fadenanalysen und Scheuertests durchgeführt. Sehen wir uns nun den Flachstrickbereich an. Hier werden Strümpfe hergestellt, die zur Behandlung von Lymph- und Lipödömen eingesetzt werden. Dafür fertigen wir Arm- und Beinstrümpfe sowie Handschuhe und Zehnkappen. Die fertig gestrickte Kompression kommt anschließend in die Konfektion. Hier werden an den Nähtischen je nach Wunsch des Kunden Haftbänder, Reißverschlüsse und Pilotten eingenäht. Dies geschieht zum Teil per Hand. Wenn der Kompressionsstrumpf komplett fertig ist, kommt er in den Versand. Dort wird er verpackt und anschließend versendet. Patientenfreundlich ist innen eine Anzieh- und eine Waschanleitung sowie die individuelle Zeitangabe für die nächste Verordnung aufgedruckt. Als einer der ersten Hersteller erhielt OFA 2003 ein automatisches Kleinteillager. Momentan werden rund 11.000 verschiedene Artikel hier gelagert. Wir hoffen, dass Ihnen unsere kleine Tour durch unser Werk gefallen hat und freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.